Wir haben in Niederösterreich ein Bundesland, wo es noch so etwas wie einen nicht amtlichen Stimmzettel gibt bei Gemeinderatswahlen. Das muss man sich mal vorstellen, dass der Stimmzettel, den sich Mandatare am Drucker selber ausdrucken können, mehr Gewicht hat als der amtliche Stimmzettel. Der Rechnungshof gehört gestärkt. In Niederösterreich ist es zum Beispiel so, dass der Rechnungshofausschuss, sprich der Kontrollausschuss in den Händen der Regierungspartei liegt, nicht bei einer Opposition. Also der Struppi, das ist wie wenn ich Struppi sage, pass auf die Knackwurst auf. Da sind so viele Dinge im Argen, dass wenn man auch sagt, wo ist der große Hebel, sind so viele Dinge zu tun. Aber meine Aussage ist, die politischen Parteien müssen jetzt bei sich selber anfangen und hier für umfassende Transparenz sorgen.